Condition Monitoring, also die Zustandsüberwachung von Maschinen und Anlagen, zählt zu den Kernelementen der Industrie 4.0. Über ihren sogenannten digitalen Schatten ist der aktuelle Zustand einer Anlage virtuell überall verfügbar, sodass kritische Anlagenzustände rechtzeitig erkannt werden können. Die Steuerung stellt dazu dem Netzwerk alle Sensordaten zur Verfügung. IO-Link gewährleistet die durchgängige Kommunikation der Sensordaten vom Feld zu Steuerungen und Cloud-Systemen. Über TURX Funk Gateway gelangen die Daten drahtlos in die Cloud und sind dort via Internet von jedem legitimierten PC oder Mobilgerät abrufbar. Auf Kundenwunsch lässt sich die TURX Cloud alternativ auch On-Premises betreiben, also direkt beim Anwender, ohne dass ein Internetzugriff erforderlich wäre. Dank ihrer Multiprotokoll-Technologie können TURX-IO-Module in verschiedenen Ethernet-Protokollen parallel arbeiten und so unterschiedliche Signale einlesen und störungsfrei weiterleiten. In diesem Beispiel gelangen die zyklisch übertragenen Messdaten des Ultraschallsensors über PROFINET an die Steuerung. Die a-zyklischen Statusdaten, zum Beispiel eine verringerte Schallreflexion, werden über Modbus-TCP an TURX IP67 SPS gesendet und gelangen von dort in die TURX Cloud des Anwenders. Intelligente I.O.-Module mit FieldLogic Controller ermöglichen die Datenvorverarbeitung direkt im Modul. So lassen sich auch Sensoren ohne I.O.-Link zusätzliche Zustandsdaten entlocken. Über diesen Doppelsensor etwa erkennt das Modul verlängerte Schaltzeiten des Ventils und gibt Alarm, um den Anwender auf einen bevorstehenden Ausfall hinzuweisen. Beim Nachrüsten von Maschinen oder Anlagen ist das Verlegen von Kabeln oft nur schwer möglich. Hier punkten Sensoren, die ihre Daten drahtlos per Funk übertragen. Wie dieser Vibrationssensor, der vor einem Motorausfall warmen kann. Oder der Temperaturfeuchtesensor, der die Umgebungsbedingungen in Lagerräumen erfasst. Über ein proprietäres 2,4 GHz Funknetz gelangen die Daten dieser Sensoren zum Funkempfänger am IP67 SPS-Modul, das für die Weitergabe in das Cloud-Portal sorgt. Über das Cloud-Funk-Gateway ist auch eine drahtlose Datenübertragung ins Cloud-Portal möglich. Das Dashboard des TURC Cloud-Portals kann der Anwender mit wenigen Klicks auch im eigenen kundenspezifischen Design gestalten. Condition Monitoring mit TURC – Ihr schneller Weg zu Industrie 4.0. TURC – Ihr global Automation Partner